Wenn wir unser Programm als Schauspiel betrachten, dann sind die Objekte die Schauspieler und der Hintergrund die Bühne. Deswegen gibt es in jedem Programm nur einen Hintergrund. Der Hintergrund kann aber gleich wie Objekte verschiedene Aussehen haben. Diese heißen allerdings nicht Aussehen, sondern Hintergründe. Die Hintergründe können sich während des Programms natürlich ändern, denn gleich wie Objekte ist es auch möglich den Hintergrund zu programmieren. Um Objekte zu löschen, tippe auf die Menü-Taste. Bei meinem Smartphone befindet sie sich links unten. Im Popup-Menü findest du nun verschiedene Optionen, unter anderem löschen, kopieren oder umbenennen. Der gleiche Trick funktioniert auch bei den Bausteinen. Um Objekte zu verschieben, tippe so lang auf ein Objekt, bis sich die Farbe ein bisschen ändert. Nun kannst du es verschieben. Du kannst auch die Bausteine auf die gleiche Art verschieben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020